Das ist viel zu weit weg. Aha, getroffen! Da, schneller nach! Wow. Ich muss das in Headshots verwandeln. Oh, gut, dass wir Munition bekommen haben. Wensens sind die nicht mehr an der Tür zugange. Oh, yeah! Die kommen sogar von hinten. Was soll ich über Munition dagelassen? Da blutet ja alles voll Unverständheit. Ist hier noch einer? Nein, gib mir den Ziegelstein. Oh, mein Gott. Fuck, oh, scheiße. Das ist zwar knapp. Okay, Pfeil und Bogen, boah. Hier runter wäre gut. Ah, das ist nur eine Puppe. Gott, der wird nicht. Die hätten sich aber auch mehr bewegt. Komm schon. Da. Ah, nur mit dem Fuß. Ich warte. Yeah. Ja. Nein. Was? Der steckt dem vor den linken... Oh, mein Gott. Jetzt wird's knapp. Ich glaube, das sind noch zwei. Ich hab dich. Ich hab dich. Danke dafür. Was ist ein Kampf. Oh. Damit hab ich nicht gerechnet. Oh. Kacke. Was für einer. Oh, das wird ganz schön tricky. Okay. Ja. Ja. Noch wissen die nicht genau, wo ich bin. Hier war doch gerade einer. Verdammt, verdammt. Okay. Boah. Die Komma hat hier ausgenockt. Okay. Wir machen das. Kommt von allen Seiten. Aber echt von allen. Was? Der ist durch ihn durchgegangen. Ich kann einen Molotow machen. Cool. Kommt mal hier hin. Einfach mal hier hoch. Damit wir schon mal die bessere Position haben. Der hat ein Gewehr. Ich geh ran. Nice. Boah. Der hat jetzt gesessen von mir. Okay. Boah. Sehr gut gezielt. Ei, 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 ei. Nein. Warum ist die so schwach? Gut, sie ist ein Kind. Aber das Messer muss doch sitzen. Ich will einfach nur hier leichten. Okay. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Ich müsste jetzt eigentlich so ein Ding machen können. Kann ich auch. Okay. Ich frage jetzt nur, wie bringt die das zum Brennen. Das ist nur einer. Wenn, dann würde ich das auf eine ganze Gruppe verwenden. Aber fuck it. Ja, brennen wir uns selber. Sehr gut. Das waren aber noch nicht alle. Was? Hier ist einer in der Ecke. Alter Verreck. Wieso hat das nicht mehr getan? Der ist immer noch nicht tot. Tja. Das auch noch. Ich hab nichts zum Heilen. Oh. 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 Ich will nicht drauf gehen. Aber hier muss zwischengespeichert worden sein. Oh mein Gott, ey. Kurz vor Schluss machen die noch so einen Mist. Oh Gott. Einfach nur, oh Gott. Oh Gott. Oh, sicher. Die wissen natürlich, dass ich hier bin. Die riechen das förmlich. Ich hol mich sowieso ein. Weg rein ist die beste Variante. Die kommen gleich schon die Treppe runter. Oh Gott. Tja. Irgendwie nicht. Ich muss mich raten. Hinter mir ist auch noch einer. Die sind wieder hochgegangen. Das wird nicht so leicht. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich da hochgebe, bin ich tot. Komm, machen wir nicht will. Heilung hab ich nichts. Ey, die bleiben da oben. Ich kann nichts machen. Ich muss von ganz hinten kommen. Machen wir auch gleich mal. Dann muss ich hier hoch. Hier gibt's keinen anderen Weg. Oh Mann. Okay, wir müssen die irgendwo anders hinlocken. Sonst wird das nichts. Joach, so einer. Was man nicht alles rauslockt. Wo sind denn die ganzen Klicker? Die müssen doch noch oben sein. Ach, ich hör den. Oh mein Gott. Der Schuss muss sitzen. Was? Wieso kommt der denn hier hin? Warum hier? Ich hier reinkomme. Bitte, bitte, bitte. Boah, sind das viele. Oder auch nicht. Toll. Wenens hat er hier zwischengespeichert. Okay, locken wir den nochmal raus. Obwohl, ich glaube, den haben wir gekillt. Er hat danach gespeichert. Warum lockt das niemanden an? Das war super laut. Ohne Mist. Ich würde am liebsten reingehen. Pew, pew, pew. Und dann wäre gut. Me 16 Schuss. Dann kommt sie schon runter. Oder er geht viel mehr hoch. Er hat ja klappen können. Hätte ich mir mal mit dem Molotow aufgefahrt. Oder meine Bombe. Das ist so mega schwer. Ich muss laut werden. Ich habe eh keine anderen Waffen. Grennen. Grennen. Hinter mir. Boah. Boah. Okay. Noch mehr? Das ist nur noch ein Klicker, glaube ich. Boah, der lebt immer noch. Ich fass es nicht. Oh mein Gott. Wie kann man den nicht verrecken? Denn. Boah. Ja, jetzt mach auf. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Komm ja schon. Unsere Rucksäcke? Scheiß drauf. Die Wasserpistolen. Oh shit. Sind wir hier gefangen? Hilf mir, das Tor hochzunehmen. Okay, hoch. Wir sind noch nicht verloren. Noch nicht ganz. Was zum drunterstellen? Ich halte es hoch. Mach's schon. Drunterstellen, drunterstellen. Äh, äh, äh. Das sieht gut aus. Gut, weiter, weiter, weiter. Gleich darf die Töne hier aufmachen. Ich muss ihn erwischen lassen. Renn doch. Oh mein Gott. Die hält mich da auf, ey. Ich hab doch gedrückt wie so ein Idiot. Der blockt ihn nicht. Boah, voll in den Kopf. Hoffentlich. Dann hier rein. Oh shit. Lauf, lauf, lauf. Sie kommen immer näher. Mist. Mir nach. Allie. Alles okay, lauf weiter. Da ist ein offenes Fenster. Komm schon. Die sind so verfugt schnell. Sie sind fast draußen. Ich helfe dir. Das geht um. Mi. Wir sind fast draußen. ja. Lilly. Lilly. Ja. Ich helfe dir. Untertitelung des ZDF, 2020